Dein Handwerkszeug? Partykram. Ich freue mich schon lange darauf, die Scheiße hier in die Luft zu jagen, wie wir Amerikaner sagen. Und du bist Amerikaner, Sam? Ja, mein Vater war bei den Navy Seals. Ich wurde geboren, als er in Texas stationiert war. Dann versetzte man ihn nach Deutschland. Oh, Uncle Sam. Ich verstehe. Ja, einer der Gründungsväter, glaube ich. Das solltest du mal nachschlagen. Vergiss es. Da breiten wir etwas festliche Stimmung. So, reiner. Fahr zu den Öldepots. Ich gehe mit den MG Deckung. Rein da ins Öldepot. Vollgas. So, wir heizen natürlich auch. Einmal durch. So ist es einmal hier ab. Weitere müssen. Da. Das ist natürlich doof, dass er gerade so ein Typ da steht. weil soviel zum thema und wen halt weg da und gibt es einfach außer reiner das ist weiter abhauen vollgas weg da das ding die kleine luft fähig das ist auf jeden fall wieder beim sind drauf nach ich habe auch gedrückt schade aber normalerweise oder ich hoffe mal dass da jetzt ein ding ins mit bei zwei punkte nach dem ersten sehr schön naja wenn es ja mal ein bisschen mehr helfen würde wäre natürlich sehr cool das ding kann nicht einmal ruhig sein bringt natürlich nichts großartig das ding jetzt natürlich auszuschalten nachdem ja und wissen was gerufen wurde ich habe noch erst gedrückt für den takedown und das kann jetzt ein bisschen dauern bin zwar gut in der zeit aber gut ja nach endlich nach all den jahren kann ich sein heim zahlen ja ist okay wenn sie wiederholt sich soll ich jetzt zum dritten mal so rein da aussteigen nach vorne bein einmal killen das ding einmal ausschalten damit ruhig ist aber jetzt gehen wir hoch gehen wir hin und tun den takedown oder auch nicht okay allerweise steht doch dann immer so wie im tag dann machen einfach machen wir klatschen daran sprünten an den vorbei setzen uns ins auto und wird zwischen uns wieder er geht er halt alleine mit hoch beziehungsweise geht der typ halt damit hoch sollte jetzt kann sich kein problem sein tschüss ja ja komm bisschen noch mal rein hier rein hier durch und wir einfach mal durchziehen jetzt naja ein da hier rein doch aber kurz mal anhalten nicht dass wir gleich das war knapp ja ja wenn du uns hier aussuchen so bei der way wahrscheinlich nicht ne ja ja komm aber wir könnten auf jeden fall noch ein bisschen mehr tatau wahrscheinlich bekommen könnte ich mir ganz gut vorstellen weil wir gerade sehr sehr gut punkte drinnen sind und bisher auch immer so einstein sam ist tot ernst das heißt ich muss ja mal auf jeden fall anders parken ich packe ihn hier vorne an der ecke aber wir hatten mg wie kann er drauf gehen er brauchte nur ratata machen wo rein da wo rein da irgendwie durch ein weg sehr mal hier vorne einfach mal parken ja raus kurz mal mein m4 rein so diesmal brenne ich ok brenne doch komm das ding plant wird da mal planten wir da nochmal hier durch hier durch hier durch immer da durch einmal da rein jason geh doch da rein die plätze gang rein so komm zerstöre die vier so bereich hier haben wir links in die nähe das hat hier das wartungsgebäude ja gut ist doch jetzt nicht das problem sein wir durch und da lang da haben wir das wartungsgebäude doch haben wir das maschinengewehr ich gehe jetzt rein da wird aber jetzt geil halt die stängung drängen die feindliche versteckung zurück ja easy jetzt darf ich hier mal mg wenn man so sieht das aus so geht das hier volk ich muss man kuma zwischendurch machen aber ich hatte ein paar mehr gegner äh gibt der noch? ne ist tot komm oh du geh kaputt da ist das jetzt nicht so geil vor allem die gegner sind halt ultra schwer zu sehen ja natürlich jetzt ist das ding noch heiß ok dann fährst du moin komm mal du kannst ordentlich fahren ja ja das problem ist dass ein fahren ganz schön zuckelig ist ok geht alles hoch das ding machen wir weg ich glaube nicht ich weiß nicht wo er hin will ich glaube nicht naja schon mal doch der sieg ist unser geschafft amerika fuck ja jetzt noch das sahnehäubchen und holz beim pokern alle machen lass mich nicht hängen na trifft mich an holz stützpunkt sehr geil schwarzes gold haben wir oh man heutz stützpunkt treffen was nehmen wir denn noch das wäre natürlich cool dem gewesen brauchen wir aber nicht körperpanzerung das ist natürlich cool naja gut egal brandhammer hätten wir gut gehabt ausweichendes fahren brauchen wir jetzt nicht breite außenposten unbemerkt also das ist halt schon machbar wir haben ja so drei punkte wir könnten den hier fast komplett voll machen ähm na komm baust du hüfte nimm mal ab noe taucher also ein bisschen mehr ah ne wir haben drei punkte ne dass wir da ein bisschen länger in hängens bleiben Atemkontroll das ist natürlich nicht schlecht dann brauchen wir auch nochmal mit Reliktiges sammeln ist jetzt nicht ganz so wichtig ähm so wo war er heute stützpunkt ah guck mal eins an jetzt können wir da sogar mit direkt hinreisen das ist natürlich auch sehr sehr praktisch lädt und ja weichern hier nochmal wenn es geht jawoll weichern haben wir wir sind hier raus da geht es raus kriegen wir mit ich habe es doch gerade eingesetzt na egal hinten müssen wir hin jetzt gibt es den poker haben mal gucken beziehungsweise du arbeitest mit sam der kerl ist echt hartkopf ja bist du hartkopf musst du schon sein und mit sam mit halten zu können hi okay mein freund bist du bereit dafür oder brauchst du mehr zeit wenn wir das erstmal anfangen führt kein weg zurück der zugang zu insel zu aufgaben und aktivitäten wird ab diesem punkt eingeschränkt du kannst damit weitermachen nach der reise beendet ist fortfahren jawohl ja ich habe ein messer in meinem stiefel du musst ihn ablenken wenn ich geben sage okay verstanden ja willkommen jungs kommt rein kommt rein setzt euch doch ja kann ich euch was anbieten etwas zu essen eine nuss vielleicht nein lass ein spiel poker frag einen penner auf der straße und er sagt dir es ist ein glücksspiel oder frag sammy und er sagt es geht ums blöffen stimmt ja ja aber stimmt doch oder es geht darum zu spielen bis die bank gewinnt wo das herkam da ist noch mehr so äh ja komm wir haben auf jeden fall ich glaube ein pädchen schon ja äh würzen wir den pot ich gehe mit ich gehe mit aber gucken ich bin jetzt noch ein loker kommt ist jetzt nicht geil ne ja wir checken checker die letzte karte kommt mal gucken ob wir wirklich mit ein pärchen sehr schön wir gehen all in ich bin all in ich gehe mit ich gehe mit